Pech für Oscar-Preisträgerin Kate Winslet Bei Dreharbeiten zu ihrem neuen Film Lee im Kroatien hat sie sich am Bein verletzt. Das berichtet die britische Zeitung Sun. Demnach musste die 46-Jährige sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Bildern der kroatischen Presse sieht man, wie sie in Begleitung ihres Teams in der Klinik ankommt. Nähere Details zu ihrer Verletzung sind bisher noch nicht bekannt. In Lee spielt Kate Winslet an der Seite von Jude Law und Marion Cotillard. Der Streifen handelt vom Leben der Kriegsfotografin und Vogue-Model Lee Miller.